Hallo, mein Name ist Janka Seidler, ich arbeite in der AIDS-Hilfe in dem Projekt Sexgesund und ich erzähle euch heute was zum Thema Periodensex. Also wir kriegen immer wieder die Frage gestellt, ob es möglich ist, während der Periode Sex zu haben und ganz kurz gesagt, ja, das geht. Medizinisch ist das vollkommen unbedenklich, es ist aber sehr individuell, ob man Lust auf Sex hat während der Periode. Grundsätzlich kann es bei manchen Menschen sogar dazu führen, dass die Hormonausschüttung bei Orgasmen die Krämpfe, also die Schmerzen während der Periode verringern. Das ist aber nicht bei allen Menschen so, manche haben auch gar keine Lust auf Sex. Grundsätzlich kann man auch noch sagen, dass es auch während der Periode möglich ist, schwanger zu werden, deswegen sollte man sich über Verhütung Gedanken machen und auch das Ansteckungsrisiko ist größer bei Periodensex, weil einfach das Blut von zum Beispiel HIV-positiven Personen hoch ansteckend ist und das eben beim Periodenblut genau das gleiche ist. Deswegen wird auf jeden Fall empfohlen, ein Kondom oder ein Femidom zu verwenden oder auch bei Oralsex, der genauso möglich ist während der Periode, zum Beispiel ein Lecktuch zu verwenden. Ere k scriptural. und Entschuldigung,